Hallo und willkommen. In diesem Video möchte ich zeigen, dass Zahlen ein bestimmtes Format zugewiesen werden kann. In Excel können wir Zahlen eingeben, können sie einstellig schreiben, können sie sogar mit Minus eingeben als negative Zahl mit einem Komma versehen. Und wenn wir das hier haben, dann wird angezeigt, dass der Inhalt dieser Zelle viel zu klein ist. Für die Spaltenbreite, wenn wir das Ganze dann hier oben auseinanderziehen, dann sieht man hier den Inhalt dieser Zelle. Hier oben bei Standard gibt es Schnellformatierungsmöglichkeiten für unsere Zahlen. Wir probieren hier mal einiges aus. Ich habe hier links die Vorlagen schon mal eingeführt. Bitte nicht hier draufklicken, sondern entsprechend hier sind die Werte. Das ist einfach nur eine ganz normale Grafik. Ja, wir haben hier eine 1. Wenn wir aber unsere Zahlen vielleicht auf zwei Dezimalstellen formatiert haben wollen, dann kann man hier entsprechend draufdrücken und sagen, Zahlenformat, das ginge auch anders. Man kann hier die Dezimalstellen kleiner machen oder größer machen. Und hier kann man sogar noch ein tausender Trennzeichen draus machen. Das funktioniert jetzt hier nicht, weil wir keine so große Zahlen haben. Wenn ich jetzt hier größere Zahlen eingebe, dann funktioniert das wieder. Ja, man kann auch die Beträge mit Währungsformat versehen. Also wenn ich jetzt hier 23,75 eingeben möchte, das als Währung haben, als Euro-Währung, dann klicke ich hier einfach auf diese Geldscheine hier drauf, was ich allerdings hier auch noch mal habe. Automatisch erscheint dann das Währungssymbol mit einem Leerzeichen. Das kann ich im Vorfeld auch schon machen, wenn ich also hier hergehe und die Zelle mit dem Währungsformat versehe und schreibe jetzt im Nachhinein 45 rein, dann wird automatisch diese Zahl formatiert. Der Unterschied zum Buchhaltungsformat ist dann der. Beim Buchhaltungsformat, da sieht man erstmal nicht viel Unterschied. Allerdings, wenn man jetzt eine negative Zahl hätte, also minus 24 Euro, dann sieht man den Unterschied. Ich mache hier auch mal eine negative Zahl draus. Bei der oberen rückt das Minus zur Zahl hin. Im Buchhaltungsformat rutscht das Minus an den Rand. Und es gibt noch eine weitere Besonderheit, und zwar, wenn es jetzt genau 0 Euro wären, dann würde hier auch 0 Euro stehen, 0,00. Und beim Buchhaltungsformat steht bei 0 Euro gar nichts drin. Ja, wir haben auch noch die Möglichkeit, das Ganze als Datum auszugeben. Also wenn ich jetzt hier sage, 19.515, wird automatisch diese Zelle auch als Datumsformat formatiert. Es gibt auch noch eine größere Variante, wenn ich jetzt also nochmal 15.19.5 eingebe und sage, ich möchte den Monat ausgeschrieben haben oder auch noch den genauen Wochentag dazu, dann kann ich hier entsprechend das Datum in der langen Fassung formatieren. Und ich sehe jetzt hier, das ist wieder so lang, dass ich hier nicht den Inhalt darstellen kann. Ich muss also die Zelle vergrößern, also muss ich hier die ganze Spalte vergrößern. Und dann sehe ich diesen Inhalt wieder. Hier haben wir Dienstag, 19. Mai. Beim Uhrzeitformat muss man etwas aufpassen. Wenn ich hier einfach eingebe 8 und würde dann hier drauf gehen, dann sehe ich hier, hat es gar nicht angenommen. Hier empfiehlt sich besser, hier auf weitere Formatierungen zu gehen, hier also auf mehr. Und hier sehe ich, dann habe ich nochmal die Uhrzeit. Ich habe hier verschiedene Formate, die ich hier entsprechend zuweisen kann. Und dann habe ich hier entsprechend, wenn ich hier meine 8 Uhr eingebe, dann funktioniert das wieder. Ich kann Prozentzahlen entsprechend eingeben. Wenn ich also 0,25 habe, kann ich hier entweder auf das Prozentzeichen klicken oder entsprechend auch hier auf Prozent. Ich kann aber auch das Ganze mit diesem Symbol entsprechend formatieren. Dann habe ich die Dezimalstelle nicht dabei. Als Bruch kann man Zahlen ebenfalls darstellen. Ein Viertel sind 0,25. Das muss ich natürlich vorher eingegeben haben. Und wenn ich dann hier das Format Bruch zuweise, dann habe ich hier entsprechend die ein Viertel als mit Schrägstrich dargestellt. Was vielleicht noch ganz wichtig ist, wenn ich Zahlen in Excel eingebe, dann werden die an die rechte Seite der Zelle gerückt. Also erscheinen rechtsbündig. Sobald ich Text eingebe, erscheint der Text linksbündig. So kann ich ebenfalls noch unterscheiden. Handelt es sich um einen Text oder um eine Zahl. Ich könnte ja nämlich auch hier diese Zahl als Text formatieren. Dann erscheint er ebenfalls linksbündig und ich kann mit dieser Zahl dann auch nicht mehr rechnen, weil Excel meint, hier steht ja Text und in einer Formel Textelemente, es sei denn, es handelt sich vielleicht um Verkettungen, rechnen. Das funktioniert hier nicht.